Guten Tag, wir sind in Ufa-Lis, und du kannst das sehr schöne Panorama sehen, die Natur ist hier. Entschuldigung, Entschuldigung für mein sehr schlechter Deutsch, ich probiere Deutsch zu lernen. Was ist jetzt in Deutsch? Ziege, Ziege, ja. Und Poudre? Poudrerei. Bauernhof. Okay, das ist sehr gut, und wir haben sehr viel Pläsier, Ton, das ist super toll hier, super toll, und ich kann nur meine normalen Schokoladenmilch, meine Schokomadenmilch trinken, oh, das ist super, ganz geil. Ich sehe euch, lass euch, mein GSM ist nicht richtig, feiner Platz. Feiner Platz. Feiner Platz. Allee, Mercier. See you guys later, oh my god, guys. Ah, ahoy Pirates, like, subscribe, and leave a comment under the doobly-doo. Bis zum nächsten Mal.